hier geht es ziemlich tief runter das sollte so nicht sein was müssen wir machen verstehe wo bin ich hier ist das der typ mit dieser waffe mit den hunden aber keine hunde in sicht vorerst nein 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 das kann doch nicht wahr sein ihr biester kommt her kommt her was ist denn die militärer die militärer hier lag doch komm 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 lad nach noch mehr sind hier noch mehr sehr gut die kommen hier raus eine leiter schnell hoch ich kann nicht mehr ich will einfach nur noch raus hier da oben ist Licht los lass uns abhauen von hier ja 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 alles still alles still ist hier jemand gruselig gruselig die statuen was zum was geht denn hier ab müssen wir jetzt gegen die kämpfen oder was ist als hätten die hunde nicht erreicht als hätten die hunde nicht erreicht da nein da ja ja Keine Munition, keine Munition. Gibt es hier Munition? Hey, gibt es hier Munition? Hier. Hier. Und wieder alle die Munition. Gibt es da nicht. Ich brauche noch mehr Munition. Spannung pur. Wahrscheinlich hier. Hier ist nichts. Es gibt keine Munition. Ich habe keine Ahnung, wie wir die besiehen sollen. Kann man die vielleicht erschlagen? Ich kann weder meine Axt nehmen. Noch ein Messer. Wir haben jetzt nur diese Waffe hier. Aber keine Magazine. Hier. Hier. Los. Jetzt aber. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Vielleicht noch hier in der... in dem Waggon hier. Ne, da können wir ja nicht rennen. Ah. Leute, hier. Ihr braucht was zum Schießen. Wo sind sie? Da vorne. So, und jetzt passt auf. Alter, wie viel sind das? Wie viel sind das? Jetzt bitte noch mehr. Rufen wir das nächste Magazin. Das nächste Magazin, bitte. Masche. Regiert wird nicht. Aber die Musik ist cool. So, damit werden wir die jetzt wahrscheinlich nicht komplett vermieten können. 1, 2, 3, 4. 4 sind es noch. So, kommt her, meine Freunde. Das war's mit euch. Hier, er fällt. Wir haben's. Wir haben's, Leute. Was ist das? Haben wir's. Ah! Hrrr... Hrrr...